Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Allihallo und herzlich willkommen zur Besprechung von Apokalypse-Clown. Ich bin der Sven und frisches Fleisch muss erst bearbeitet werden, bevor man es weitergibt. Wir haben einen Neuzugang. Herzlich willkommen, Rino. Vielen Dank. Hallo. Ja, wir haben uns gleich ein Schmuckstück herausgesucht. Wie gesagt, Apokalypse-Clown kommt am 29.02. auf DVD und Blu-ray raus, hat eine FSK 16, geht 102 Minuten. Und George Kane führte Regie. Ja, um was geht's? Das Ende der Welt naht und vier Clowns und eine Journalistin begeben sich mit einer Leiche auf dem Dach ihres Autos auf eine abgefahrene Tour durch Irland. Wir durften ihn schon vorab sehen. Herzlichen Dank für den Screener. So, Rino, wie sieht's aus? Was hast du bei dem Titel eigentlich so vermutet? Guter Punkt, weil als du mir den Titel von dem Film, den wir heute besprechen, serviert hast, habe ich erst direkt gedacht, oh Gott, okay, was wird das denn jetzt bitte? Man denkt da halt direkt an B-Movie-Trash, glaube ich, der so ein bisschen in diese Horror-Clown-Schiene schlagen könnte. Also höchstens irgendwie so ein bisschen so ein so schlechtes, wieder gutes Filmchen. Aber ich hätte es nicht gedacht, weil ich bin dann heute hier, um den Clown-Film zu verteidigen. Ich fand den ziemlich prima. Oh, okay, dazu kommen wir als erstes noch. Magst du Clowns? Bin ich jetzt neutral eingestellt gegenüber, glaube ich. Ne, mögen, niemand mag Clowns, oder? Das ist auch so ein bisschen der Punkt. Ich habe aber auch keine ausgeprägte Clown-Phobie. Die habe ich auch nicht, aber ich traue ihnen auch nicht wirklich über den Weg, muss ich zugeben. Bei mir war es so, als ich den Titel gelesen habe, dachte ich, eh, okay, alles klar, das müssen wir nehmen. Das klingt so bescheuert, dass es entweder wirklich so schlecht wird, dass zwischendrin, oh, oder es wird gut, aber halt wirklich so in dem Sinne von Trash. Okay, fangen wir erst mal mit den Schauspielern an. Wie hat dir das Zusammenspiel der Clowns gefallen und hattest du einen Lieblingsclown? Ich finde, die waren, das Zusammenspiel zwischen der Truppe fand ich sehr, sehr gelungen. Ich fand auch die einzelnen, die Unterschiede zwischen den einzelnen Figuren sehr, sehr schön und ausgeprägt. Wir haben den Kinderclown, der die kranken Kinder bespaßt als Hauptakteur Bobo. Wir haben Pepe, den Pantomime und wir haben Fanso, den gruseligen Clown. Und ich finde, die tragen diesen Film sehr gut, fand ich, weil die Handlung jetzt an und für sich ist da nicht das Hauptereignis in dem Fall, finde ich. Der Film lebt viel mehr von dem Zusammenspiel der Figuren, von den Witzen, die sich daraus ergeben, aus den Situationen, aus den Szenen. Und das fand ich sehr gelungen, tatsächlich. Hatte ich einen Lieblingsclown, schwer, hatte ich eine Lieblingsclown-Performance, ja, Pepe's Clown in der Box, war schon ziemlich unschlagbar. Hm, du scheinst wirklich angetan gewesen zu sein. Also ich muss sagen, so den Anfang fand ich, fand ich gut und die erste Clown-Performance im Krankenhaus dachte ich, okay. Nachdem diese dann auch beendet war, dachte ich, cool, das könnte tatsächlich was werden. Ein Clown, der depressiv ist und dann Methadon schluckt, klingt derb, klingt aber auch so nach meinem Geschmack von Humor und könnte was werden. Die Interaktion zwischen den Clowns, die du ja schon beschrieben hast, fand ich auch ganz gut. Ich finde, der Film hat andere Probleme als die Interaktion oder das Schauspiel, weil das war, da gibt es wirklich nichts zu meckern. Und mein Lieblingsclown war tatsächlich von so der Horrorclown. Die hat mir richtig gut gefallen, weil sie halt auch wirklich derb war und überhaupt nicht, kein Gespür für überhaupt nichts hatte. Und auch nicht wusste, warum sie eigentlich jetzt wirklich so dermaßen gruselig aussieht. Das hat mir schon wirklich, wirklich gut gefallen. Okay, du verteidigst ihn etwas. Was hat dir so gut gefallen? Das hat, glaube ich, viel mit den Erwartungen zu tun, die der Titel mit sich bringt. Wie wir ja eben schon gesagt haben, was man erwartet ist, wenn man den Titel hört, ist nicht das, was man bekommt in dem Sinne. Das ist schon, das ist kein Trash-Film. Der ist durchweg auch gut gemacht, fand ich. Von daher, ja genau, meine ich, ich verteidige ihn in dem Sinne, dass ich jetzt auch nicht, wir haben ja vorher noch nicht drüber geredet. Also ich weiß jetzt auch nicht, wenn du jetzt gesagt hättest, dass es kompletter Blödsinn und was für ein Mist in dem Sinne, da wäre ich da nicht mitgegangen. Du sagst auch, er hat andere Probleme. Das fand ich durchaus auch. Also es ist kein, ist jetzt kein Geniestreich und der hat auch nicht irgendwie eine wahnsinnig tiefsinnige Aussage dann noch am Ende oder irgendwie sowas. Das ist ein reiner Unterhaltungsfilm und der macht aber tatsächlich Spaß und der ist auch, der will witzig sein und das ist er auch, fand tatsächlich viel gelacht. Ich finde, die Witze sind derbe auf jeden Fall, aber selten nur plump. Also wenn sie plump sind, die funktionieren immer so ein bisschen auf, nicht unbedingt auf mehreren Ebenen, aber es gibt immer noch so einen kleinen Follow-up zu einem Gag oder Scherz oder Witz, mit dem man in dem Moment dann nicht rechnet. Und der macht es dann wieder witzig, auch wenn vielleicht der Joke vorher nicht so ganz landet, da wird dann nochmal so drauf geleuchtet, ganz oft und das fand ich auch ganz gut gelungen. Ich hatte tatsächlich meine Probleme irgendwann mit der Fäkalsprache. Irgendwann hat es mich wirklich angefangen, so dermaßen zu nerven. Ja, das war manchmal ein bisschen viel, das stimmt. Wo ich gedacht habe, muss man jetzt noch eins draufsetzen und noch eins draufsetzen. Aber okay, also als schwarzem Humor liebe ich, der hat auch wirklich ein paar tolle Gags, aber sie machen aus der Gesamtsituation nichts. Es dauert alles viel zu lang und es wird dann auch sehr schnell ideenlos. Also sie pfeifen sich irgendwelche Drogen ein, das fand ich noch witzig, da habe ich noch gedacht, okay cool, bin ich mal gespannt, was da noch so geht. Aber aus der Gesamtsituation, die Erde ist dem Untergang geweiht und ja, die düseln da mit ihrem Auto schon durch die Gegend und gehen von einem Schauplatz zum nächsten und da war mir einfach zu wenig net Action. Aber ja, da hätte man einfach mehr draus machen können. Also wenn ich mir dann, weil das wird ja als Horror-Comedy angepriesen, was ich finde, was es nett ist. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Nein, der Horror-Teil ist nicht da. Es ist Derbe und teilweise ein bisschen Gewalt ist mit drin, aber Horror ist daran nicht. Ja, was mir halt, ja, ich habe dann noch so zwischendrin gehofft, hey, vielleicht wird es doch dann so, geht es vielleicht in die Richtung Shaun of the Dead, sowas hätte ich mir noch ein bisschen gewünscht. Also jetzt nicht unbedingt Zombies, aber so von den Ideen, da hätte man echt viel, viel, viel mehr machen können. Und der hat viel zu viel Leerlauf zwischendrin, also zumindest mir ging es so und die Gags haben dann auch nicht mehr so ganz gezündet. An Shaun of the Dead muss ich auch denken, vor allem der Konstellation zwischen Bobo und seiner Ex-Freundin. Das ist dann auch so ein bisschen aufgehängt als wie ein romantischer Liebesfilm eigentlich, das ist der Kern der Haupthandlung, dass Bobo seine Ex gerne wieder zurückhaben möchte. Das erinnert sehr an Shaun of the Dead. Und da musste ich auch an What We Do in the Shadows denken, bei der Rivalität zwischen Fanzo und den lebenden Statuen. Da fand ich es dann ein bisschen derivativ hier und da und die Teile. Zwischendrin wird es dann kurz so ein bisschen so ein Road-Movie, wo sie dann zusammen unterwegs sind. Den Teil fand ich eigentlich noch ziemlich prima. Mir war dann das Ende zu viel. Das war dann so ein typischer Film-Höhepunkt mit düsterem Licht und Feuer im Hintergrund und solche Sachen. Da hatte ich dann auch genug von. Und ganz am Ende wird es dann ja wieder, wird das wieder ein bisschen zurückgenommen. Aber ja, da war er dann, das hätte man vielleicht, das war ein bisschen zu viel. Ja, also wie gesagt, mir fehlen da einfach noch ein paar witzigere Ideen. Aber gut, ja, von der Macher der R kann man nicht meckern. Die Aufnahmen sind gut. Das ist jetzt auch kein absolutes C-Movie, B-Movie. Das sieht alles schnick aus. Und wenn mal ein bisschen Blut fließt, ist das auch gut gemacht. Also da kann man wirklich nichts groß sagen. Hast du noch irgendwas? Gibt es irgendwas, was du noch ansprechen müsstest? Was dem Film halt fehlt, ist, ja, wie du meinst, irgendwie, ich glaube, der ganz zündende Gedanke, der dem Ganzen drunter liegt. Weil die ganze Apokalypsensituation ist ja auch nur mehr eine Nebensache. Nee, warte, streicht das, das ist Quatsch. Nee, nee, stimmt schon. Na, nicht wirklich, weil sie machen ja schon was mit. Also ich fand zum Beispiel auch den Punkt witzig, wo sich da so eine postapokalyptische Gesellschaft im Wald direkt bildet, Mad Max-mäßig, auf der Stelle. Und das aber auch vom Film dann direkt, direkt wieder gelämpfschädet wird und direkt selber, der Film nimmt sich selber auch so schön auf die Schippe, dass man dem auch gar nicht unterstellen kann, dass er jetzt irgendwelche Sachen nicht, dass er in irgendwelche Fettnäpfchen selber tritt oder so. Ich glaube, ich glaube, das macht er weniger, weil alle Sachen, die man da anmerken könnte, denen scheint sich dieser Film bewusst zu sein und die nimmt er dann auch selber aufs Korn. Ja, der nimmt sich selbst nicht ernst, das stimmt schon. Aber wie gesagt, ich finde halt, ich finde selbst diese zwei, wie nennt man sie, Schausteller, die sie dann mit Morgenstern verfolgen, in ihrem Motorrad mit Anhänger, auch da hätte man wirklich mehr draus machen können. Und die, irgendwann haben sie mich auch echt angefangen zu nerven. Ich war zwar auch mal ganz froh, dass es dann so ein bisschen wie der Action auch reinkam und ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen hat, aber da machen sie halt auch nichts draus. Irgendwie, das fand zwar die, die Freiheitsstatue fand ich witzig, aber ja, da dachte ich mir auch, das Ganze ein bisschen runtergekürzt, wenn, nehmen wir mal 80 Minuten und ein bisschen mehr Fahrt, dann hätte er mir, glaube ich, auch besser gefallen. Die Rivalität mit den lebenden Statuen, ja, genau. Das war auch das, wo ich an What We Do In The Shadows denken musste, mit den Werwölfen und den Vampiren. Das war so ein bisschen genau das Gleiche eigentlich. Der Film versucht dann in der zweiten Hälfte halt verzweifelt auf so einen Höhepunkt zuzusteuern, auch mit, da wird dann noch ein Antagonist inszeniert irgendwie, der charakterlich, finde ich, den ganz wundervoll getroffen. Der ist auch echt ein Riesenarschloch, aber ist das, ich fand das dann alles eigentlich ein bisschen unnötig, dass er so auf so einen Höhepunkt zuschaukeln muss irgendwie. Das als reinen Charakterfilm hätte ich den noch besser gefunden, glaube ich. Nee, mich konnte da tatsächlich nichts mehr abholen. Es hat mich irgendwann angefangen nur noch zu nerven. Jetzt nicht, weil es schlecht gespielt ist, sondern ja, weil mir einfach so ein bisschen der, also so alles ist abgefahren, aber ich hätte mir auch mehr Abgefahrenes in der Action zum Beispiel gewünscht. Also das als Charakterstudie, ja, aber dann sollte man es nicht als Horror-Comedy verkaufen. Wäre mir einfach, hätte mir einfach mehr Spaß gemacht, wenn die nochmal richtig ordentlich auch so mit dem Umfeld halt ausgetickt wären und nicht nur untereinander Streitgespräche und ach ja, dann haben wir natürlich den obligatorischen Schwurbler, dessen Hund mir auch wirklich leid getan hat. Aber ja, da wurde einfach nichts, nichts, ja, es wurde nichts, nichts draus gemacht, was mich tatsächlich noch gepackt hat. Der Gastauftritt von Shakira war das, ja, genau. Fand ich auch, fand ich auch sehr schön, auch wenn er kurz war. Ja, ich würde sagen, wir wären eigentlich durch. Ja. Gut, möchtest du noch ein kleines Fazit abgeben oder? Pass auf, ich mache ein Fazit, vielleicht fällt der noch ein. Ja, super. Okay, also, Anfang gut, dann verliert er an Fahrt. Die Fäkalwitze haben mich irgendwann angefangen zu nerven und er wird dann doch schon ideenlos und teilweise auch ein bisschen langweilig. Mir hätte eine kürzere Laufzeit mit ein paar mehr abgefahrenen Ideen besser gefallen. Es ist jetzt kein kompletter Griff ins Klo, aber mit einer Horror-Comedy hat es nichts zu tun. Dann bleibt lieber bei Shaun of the Dead. Da bin ich einverstanden. Grundsätzlich geht dem der Clowns Nase die Luft aus in der zweiten Hälfte schon und kürzere Laufzeit hätte dem, glaube ich, durchaus gut getan. So aber wie er ist, finde ich ihn durchaus sehenswert. Ich finde ihn trotzdem unterhaltsam. Und wenn man Lust hat auf einen Clown-Film, kann man, glaube ich, zu viel Schlechterem greifen. Okay, das war's von uns. Uns gibt's überall, wo es Likes gibt. Folgt uns auf www.tele-stammtisch.de. Der Homepage, da gibt's alle Besprechungen von allen Leuten. Uns gibt's auf Spotify überall. Hört rein, habt Spaß. Ich sag schon mal Ciao und genug gehört das letzte Wort. Tschüss. Die relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.